Hallo zusammen, hier ist wieder Heutjala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Transmog Guide präsentieren. Heute geht es wieder um ein cooles Rücken-Item aus Maldraxxus. Und zwar hatte ich euch das letzte Mal ja diese Flügel vorgestellt. Dieses Mal geht es auch um einen Rückenteil, aber keine Flügel, sondern hier so ein cooles, ja, solchen Labor, das wir auf dem Rücken tragen. Das schimpft sich einmal schäbiger Eindämmungsrücksack, Eindämmungsrücksack so rum, dass wir es noch richtig rausbringen. Und dieses könnt ihr wiederum von einem Rare bekommen. Und zwar von einem Rare, der sich hier in Maldraxxus befindet, auf den Koordinaten 52, 35. Blubberblut heißt er und dieser droppt das Teil zu etwa 3%. Und ja, er hat neben dem Rücken noch ein bisschen was anderes dabei. Ich hatte ja euch auch schon einen Toy Guide dazu aufgenommen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob der schon mittlerweile rausgekommen ist. Also einen Toy Drop, der auch noch, zeige ich dann aber im Toy Guide. Wir können uns jetzt einmal hier im Tool angucken, nach was ihr suchen müsst. Am besten sucht ihr englisch nach Bubble, der heißt Bubble Blood im Englischen und joint dann eine Gruppe rein, denn der Mob hat ein bisschen mehr Leben, so 600, 700k Leben. Da spawnen dann auch Mobs, die ihn heilen, also man kann ihn schon alleine töten. Aber ja, in der Gruppe macht es tatsächlich mehr Sinn. Ich habe ihn jetzt gerade schon umgeboxt, dementsprechend ist er für mich nicht mehr Rare. Er könnte ihn einmal am Tag machen und hier unten seht ihr, mein Addon zeigt mir einiges an. Also er droppt einen Toy und unter anderem dann den Rücken und eine Waffe kann er auch noch droppen. Am besten eine Gruppe suchen, unter Bubble oder Blubber suchen, wenn ihr eine deutsche Gruppe sucht und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr das kosmetische Item bekommt. Übrigens, ihr könnt das nicht nur mit Necrolords transmocken, sondern mit allen Covenants. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Die Flügel, die ich euch gezeigt hatte, die gingen ja tatsächlich nur mit dem Necrolord Covenant. Gut, das wäre es eigentlich. Mehr gibt es hierzu nicht zu sagen. Ich hoffe, dass dem einen oder anderen damit geholfen ist. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten kleinen Video wieder. Eutela, bis dann, ciao.